We love F.M. So, jetzt bin ich bei dir. Ah, Monster-Leck! Weg hier, weg hier! Hä? Ja, ich halt noch Monster-Leck. Also ein Riesen-Leck, Monster halt. Hä, warum? Hä? Ich versteh nicht, warum ein Leck, aber ich seh... Naja, Leck für Stocken. Ach so! Ja, als ich dich so seh... Ach du Scheiße, Creeper! Und er geht in die Luft! Bam! Ich bring mal kurz meine Sachen nach Hause. Hm, schnell! Ich muss mein Zeug einsam... Oh, da war ja... Da war ja ein Zeugs da. Zeugs da! Also hier, Zuckerrohr. Cool, das kann ich überhaupt nicht mitnehmen. Okay, dann geh ich mal ein paar Monster jagen. Ey, da hat schon jemand das eingeschlagen. Mensch, ihr sollt nicht immer so nah am Boden einschlagen, ihr Blitze! Lieber in Häusern, oder was? Ja. Nee! Ach du Scheiße, es gelippt! Ah, ich schreibe einfach vorbei! Oh, der wird jetzt explodieren! Ah, bam! Wo sind meine Sachen? Die sind hier irgendwo. Wow! Direkt neben mir ist ein Blitz eingeschlagen! Wow, shit! Gut, dass ich grad... Das sind meine Sachen! Ich verteidige mich mit einer Schaufel! Die hab ich nicht grad eingesammelt! Oh, Scheiße! Du Creeper! Und du hast nur noch drei Leben, Alter! Wow, du wirst sowas von sterben! Nein, werde ich nicht! Der hier wird zuerst sterben! Warum ist es eigentlich gerade so still? Weil Hunde laufen können? Äh, ja! Das war die Antwort, die ich hören wollte! Genau! So, ich bin jetzt wieder ausgerüstet! Jetzt wird es wirklich Nacht! Mein Gott, ich muss ja scheiße vorsichtig sein! Hm, ja, das ist mir auch schon aufgefallen! Ich hab nur drei Herzen! Ja, ist mir auch schon aufgefallen! Esss doch mal was! Damit sich deine Herzen wieder auch... Ich hab ja auch ungekochtes, aber... Ich werd jetzt ganz vorsichtig hier was essen! Ach, toll! Teleportier dich zu mir! Äh, du bist vergiftet! Ist mir scheiße egal, ob das jetzt eine sein Modellen vergiftet oder nicht! Obwohl, das hat eigentlich gar keinen Einfluss auf dich, weil das nur die Hungerleiste betrifft! Richtig! Und weil du ja sozusagen... Oh, jetzt... Oh, warte! Ich muss kurz nach unten gucken, damit sich das um mich mir... Hahaha! Sie sieht das geil aus, seit ich auf unten kacke! Ah, ich bete! Oha, heiliger Mann! Oha, ja! Nanana! Sana! Sana! Oh Gottverdannis! Samantha! Jetzt... Jetzt... Julius, ich baue jetzt mein Zuckerrohr hier weiter an! Weil da hinten hast du ja zugemacht! Äh... Ja, okay, meine Wegen. Du kannst dein Zuckerrohr dahin bauen, wo du willst, weil... Ach, Mann! Das ist schon wieder deine Kiste! Du bist sogar verschwissen! Ja, Mann! Die falsche Kriste! Ja! Auf alle Fälle für mich ist es egal, wo du dein Zeugs hinbaust. Du kannst es auch bei unseren... Ja, das ist sogar eine gute Idee, dass du es hier baust! Weil dann sind wir so ein bisschen getarnt! Na klar! Als auch uns die Fiecher echt Zuckerrohr nicht sehen können! Die Fiecher können uns echt Zuckerrohr sehen! Ja, du musst nicht überlegen, sie können das! Oh, ein Spinnenauge! Da kann ich irgendwann ein Fermi-Tier so... Hier, ich schicke... Ich hab schon Tonnen an Spinnenaugen! Na gut! Ich schicke hier wie die 3... ...Rottenflash! Fall zu weit, was meinetwegen... Oh, ich hab wieder vier Knochen! Ich kann wieder peppen, aufpeppen und ein Ei! Ich hab einen Knochen gekriegt und einen Knochen! Übrigens, ich... Ich geh mal ein bisschen auf Jagd! Ich nehme mal drei von deinen Eiern, weil ein Teil davon hab ich jetzt selber noch gesammelt! Ja, okay! Ich geh mal auf Jagd! Er geht auf Jagd! Er hat gesagt! Warum sind wir so wenige Holster? Ja, es ist grad scheiße ruhig hier! Oh! Creeper! Ich.. Zuckero! Hey, super! Vielleicht zwei auf einmal! Zwei auf einmal! Sooo! Knochenmehl! 12 Stück! Wusstest du, dass du, wenn du was isst, dich das nicht langsamer machst, wenn du im Moment... wenn du im Moment wenn du im Moment auf einer Leiter bist ehrlich? cool na aber ich kann nicht ständig auf einer Leiter sein kann ich ja auch irgendwie nichts na doch wenn du auf einer Leiter bist gerade vorm Zombie entkommen stell das Futter auf einer Leiter die müssten das mal einführen dass irgendwo am Meeresgrund manchmal so auf auf einmal auf einmal ne Kiste rumsteht hmm das wär so cool so als Easter ne das ist ja kein Easter egg Easter egg ist was anderes Aua aber das wär mal cool so so ne Art Schatzer oder dass man mitten auf dem Ozean Schiff ist ja das wär geil was zwar ungewohnt ist doch es könnte ein paar äh hier ah ja der eine Creeper ist ja explodiert und daraufhin habe ich dann einfach ein bisschen Holz gekriegt guck mal ich habe noch sechs Samen ich finde es richtig geil mit Monstern zu spielen falls du noch was hier machen willst hier ist hier ist noch eine Flamme beeil dich was soll ausgehen vielleicht kann man nicht nicht mehr konnte man das mal ne also konnte man auch nicht so sooo ich muss mir jetzt ein bisschen mehr anbauen mein Gott ich muss ich muss hier so viel Platz wegnehmen weil ich hier so wie anderen will ich schlag das Zigaretten mit der Hand auf ja es dauert halt ich schlage dich mit deinen eigenen Waffen oh er schlägt mich mit der oh schleiße jetzt musst du tief jetzt musst du tief jetzt musst du tief jetzt musst du dich beeilen um wieder hochzukommen und das scheint am besten grad wenig nach oben ja schaffe super ich habe noch einen Bug entdeckt welchen du du hast Enderman du hast den Sand schon eingesammelt nicht zur Küste das da wo ich mein Haus bauen will und zwar ist der Bug du hast schon den Sand eingesammelt aber die die als items der als items angezeigte Sand ist trotzdem noch da wie hier bei mir gerade sooo so jetzt habe ich 33 Weizen das ist gut das ist sehr gut ja ich müsste auch mal wieder ein bisschen was hier jagen aber dazu brauche ich mir eine Rüstung und dazu muss ich wieder meine Eisenbahn ich ich mag es immer Skelette zu 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 Mocken Mops zum Mocken hahaha voallem die keine Räume der latin hat der war gut einer Schmerz ein der Schilder gut nun da ist wie ein Schuh oder wo ist wie eine Hose ich bin mit goldschuhe passen aber ich bringe nichts ich will aus ich will auf skelette töten und und knochen einsammeln die ich umwandeln kann aber geht gerade nicht guck wie ich aussehe wie ein verschisseter arbeiter na gut ich bin ein verschissener arbeiter ich brauch langsam mit der zeit was zu essen also wie immer wieder also so insgesamt so meinst du jetzt essen also ich dachte ich dachte du meinst in real life nein was soll sich in 17 uhr ab 8 knochen um sie zu was davon haben ich bin ich will nicht wenn er nicht ich kann mir natürlich immer brot machen aber es ist ja langweil ich habe ich habe schon drei ich hab drei menschen ach ja ich hab noch äpfel guck mal ein kleiner durchgang wo der Rest ist von mir zugebaut. Scheiße. Nee, du musst die zwei Blöcke da lassen. Guck mal. Guck mal. Alles von mir zugebaut. Bis dahin, wo Gott meine Maus hin zeigt. Da baust du noch was hin. Hier ist zugebaut und die ganze Reihe hier. Alles von mir zugebaut. Und hier kommt auch noch was hin. Das war meins. Nein, das war meins. Stimmt, das war wirklich deins. Das war lustig. Ich habe es hingestellt. Dann hast du es hingestellt. Irgendwie sowas in der Art. Auf alle Fälle ist mein Item verschwunden. Naja, so ein kleiner Bock. Das heißt... So ein kleiner Bock halt. Ich will den töten. Stimmt. Nein, das soll meiner sein. Nein, ich will... Idiot. Nee. Ich geh wieder. Ich bin gleich nicht mehr. Zombies. Wird jetzt wieder nacht? Nein, zur Tag. Oh. Ich chill euch. Und es hat aufgehört zu regnen. Das ist nicht toll. Es regnet schon eine ganze Weile nicht mehr. Ja, ist nicht auf die Fall. Na, ihr Zombies. Macht es euch Spaß? Ja? Ist super? Allerdings müsste ich mal das...